Mahlzeit, Freistunde, ich habe wieder Zeit und wir machen dann gleich weiter mit Kapitel 4, aber ihr müsst verzeihen, ich habe jetzt Freistunde direkt nach einer großen Pause und ich gehe natürlich sofort nach Hause und ich esse in die große Pause. Deswegen müsst ihr jetzt verzeihen, dass ich während der Aufnahme ein bisschen esse, wird man nicht unbedingt hören. Wenn das nicht verzeiht, dann dürft ihr die ganzen Folgen jetzt mal gar nicht gucken. Haha. Lecker. Kapitel 4. Inzwischen. Da, Notobahn, oh, ich habe dieses Kapitel geliegt, glaube ich. Hallo Welt. Komm, die müssen schön sein. Da. Wir kommen auf der Datenautobahn. Ein Land der Schönheit, ein Land der Wissenschaft, Philosophie, Architektur, Fanliteratur. Alles, was sie sehen, vom Wasser bis zu den Blättern, besteht aus süßer, freifließender Information. Wow. Vielleicht können sie Informationen auf ihrer Zunge fangen. Natürlich. Wurde der ganze Ort vor Jahren aufgegeben. Das ist wohl alles, was übrig ist. Schildermaler auf immer. Ich lese die Schilder jetzt selber alle zum ersten Mal. Und das sind neue Gutbälle. Mit denen kommt man. Eins, hoh, Piu. 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 Oh, ich die fette Blöcke nehmen. Piu. Ich hab mal nicht geguckt, was die ODC oder OCT oder wie immer das nochmal war, hm? 12 Stunden nachdem ich das jetzt mal aufgenommen habe, weil ich keine Ahnung mehr, wie hat die die Mailbox, ab dem Verlust melde ja noch was, oh dat, man beachte Wind, alles fällt hier auseinander, aber die Datenautobahn ist nicht ganz grün, wissen sie, früher war sie schön, die Videotreiber müssen aktualisiert werden, ab Level 3 können wir die Grafik wohl verbessern, der virtuelle Schildermaler, ich muss jetzt hier nach oben ziehen, denn, ich zieh mal lieber hier hin, treff ich ja noch wenigstens in den meisten Fällen, meistens halt, warte mal, ich hab hier doch, ne, die großen kann ich hier rüber bringen, ich kann den auch hier oben hinsetzen, damit ich die Blöcke von hier oben aus verschießen kann, ne, die großen kann ich hier rüber bringen, ich kann den auch hier oben hinsetzen, damit ich die hier benutze los hier oben, wo die Blöcke, komm mal gucken, wow, hat sie überlebt, geil, au, ne, die nicht ich mag die Levelle aber unbedingt viele rüberbringen tue ich jetzt nicht immer die man unschwer erkennen kann ich sage wie er die Uhr zieht ich verpasst man bin ich dum naja muss man von Grötchen abbeißen mams mams drehen wir hoch gutartige Infektion der Bitz an der ganze Sache ist ich habe erstmal ja gebraucht ich gecheckt habe dass ich die hier rein schießen muss nicht die immer weiter hoch Schau, kann ich gegen die manipulieren? Nein, kann ich manipulieren wie die fliegen. Nein. Nein. Ich bin nicht so weit, da kann ich nicht mehr hoch sein. Ich habe auch schon mal besser. Ich bin doch. geht noch mal abbrechen kann ich ja lesen in diesem Bereich ist infiziert, zu tut verboten und meine die die ihr habt habt ihre ihr 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 ja Luigi hat auf. Jetzt brauche ich gar nicht mehr rüberschießen, jetzt reicht es, bin ich dir einfach so da dran geknallt. Wenn ich den noch treffe. Hallo? Und noch mal trinken tun. Haargeil.